Hallo Leute, in diesem Video geht es um The Walking Dead und meine Todeskandidaten für das Mid-Season-Finale, also die Charaktere, von denen ich es am wahrscheinlichsten halte, dass sie in der kommenden Folge sterben werden. Vorneweg nochmal ganz wichtig, ich habe ein Spoiler-Video angekündigt, das wird es in der Form nicht geben. Grund dafür ist, und das ist für dieses Video wiederum wichtig, nun ja, die Spoiling-Dead-Fans haben erklärt, sie werden keinerlei Informationen bekannt geben, weil AMC in der Sendung The Talking Dead bekannt gegeben hat, es soll in der kommenden Folge eine sehr schockierende Szene geben. Warum sage ich das vorneweg? Nun ja, einerseits kennt man die Sender und die versuchen uns natürlich mehr darauf zu hypen und letzten Endes wollen sie uns alle dazu bringen, dass wir einschalten und damit deren Einschaltquote in die Höhe treiben. Nachvollziehbar und zum anderen, generell gehen wir davon aus, dass natürlich irgendwas Wichtiges passiert, denn es ist das verdammte Mid-Season-Finale, da passiert immer irgendwas Wichtiges, genauso wie zum Finale. Nun, wenn sie von einer sehr schockierenden Szene sprechen, dann frage ich mich, was kann das bedeuten? Selbstverständlich den Tod eines Charakters. Nun, dass mal jemand stirbt, davon gehe ich ständig aus, wir sind bei The Walking Dead. Vielleicht sterben also mehrere Charaktere oder, ich werfe nochmal in den Raum, die Möglichkeit, dass jemand auf brutale Art verstümmelt wird, kann ja auch sein. Nun, wer sind meine Todeskandidaten? Darum soll es ja nun gehen. Also, zum einen möchte ich sagen, generell kann hier jeder sterben, so ganz allgemein gesprochen. In meinen Augen ist kein Charakter sicher bis auf zwei und das sind Rick Grimes und Negan. Die beiden sind weiterhin wichtig, denn basiert auf dem, was ich aus den Comics weiß, und jetzt gilt eine Spoilerwarnung für die Comics und gleichzeitig auch für den Fall, dass ich Recht habe, halt auch für die Serien. Also, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ich mit etwas richtig liegen könnte und euch damit für die Folge Spoiler. So viel will ich vorneweg erklären. Es kann jeder sterben, allerdings wird der Krieg in der kommenden Folge, glaube ich, nicht enden. Denn in den Comics sind wir auch schon in so einer ähnlichen Szene oder gab es eine ähnliche Szene, wobei hier zunächst gesagt, wie gesagt, jeder sterben kann. Rosita, Tara, Aaron, Jesus, von mir aus auch Morgan. Es kann quasi jeden erwischen, okay? Und genauso auch Simon Dwight, bin ich noch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Es könnte Daryl erwischen, weil es in den Comics gar nicht gibt. Michonne, das sind alles Charaktere, deren einzelne Geschichte irgendwie immer mehr in den Hintergrund rückt. Der Einzige, der tatsächlich gerade eine richtige Entwicklung durchmacht, ist irgendwie Daryl. Leider auch wiederum nicht zum Positiven. Vielleicht, weil man hier mit dem Gedanken spielt, diesen Charakter loswerden zu wollen. Also ihn dann sozusagen aus der Serie herauszuschreiben. Und da ist man schon mal einen ganz schlauen Weg eingegangen. Bisher wird er bei den Zuschauern immer unbeliebter, weil er einen düsteren Pfad einschlägt, auf dem ihm nicht alle folgen wollen. Und deswegen ist natürlich auch Daryl Dixon ein Favorit von mir. Einer von denen, wo ich glaube, ja, er könnte jetzt in der kommenden Folge sterben. Dass man das mit Absicht macht, beziehungsweise es wurde ja ganz vorsichtig ausgedrückt ein Konflikt zwischen ihm und Rick angedeutet. Andere nehmen das ernster, als ich das tue. Ich sehe das noch nicht so schlimm. Auf der anderen Seite kann das natürlich wiederum heute in dem Smithseason-Finale jemanden erwischen. Und ja, die Idee im Raum ist nun mal, dass Rick Daryl dafür verantwortlich machen könnte, weil er Negan überhaupt diesen Angriff ermöglicht hat. Durch das Einbrechen in das Sanctuary hat Negan nun in der kommenden Folge die Möglichkeit, überhaupt erst Alexandria anzugreifen. Damit ist Ricks Plan allein durch Daryls Verhalten gescheitert. Und deswegen glaubt man, und die Theorie ist im Raum, dass Rick es sein könnte, der Daryl im Endeffekt umbringt. Nun, vielleicht nicht in der kommenden Folge, aber vielleicht irgendwann im Laufe der nächsten zweiten Staffelhälfte, weil Daryl der Grund dafür ist, dass jetzt irgendjemand anderes, und zwar für Rick Wichtiges, sterben wird. Wer könnte das sein? Zunächst mal jemand, von dem ich glaube, der ist Rick nicht so wichtig, aber sehr wahrscheinlich, dass er stirbt, ist Father Gabriel. Er ist noch im Sanctuary. Er ist hochkrank, ja, er ist voll mit Infektionen und wurde bisher nicht behandelt. In der kommenden Folge sehen wir nur, dass generell Rick mit den Scavengers noch am Sanctuary ist. Dort haben sie aufgehört mit der letzten Folge. Das heißt, die werden noch dort sein. Der Teaser hat es ja schon verraten, dass sie dort noch sind. Ich spreche also auch über den Teaser zur kommenden Folge. Wer den nicht gesehen hat und nichts dazu wissen möchte, auch ihr seid hier falsch. Also, ja, Rick wird dort mit den von der Schrottplatzgruppe eben beschossen. Das heißt, Negan kommt raus und wir hören Negan am Ende vor den Toren von Alexandria. Carlos gewillt, die Stadt zu beschützen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? In meinen Augen wird Father Gabriel in der kurzen Zeit nicht behandelt. Im Gegenteil, er könnte die Rolle von Holly aus den Comics übernehmen. Wie komme ich darauf? Nun, wir hatten Holly, in der Serie gab es sie nicht. Holly war die Freundin von Abraham und sie ist in der Szene, die bei uns in der Serie, in der ersten Episode der achten Staffel stattgefunden hat, mit einem Wagen eben durch den Zaun gebrochen. Okay, es gab keine Explosion, damit die Zombies rein können, sondern sie ist mit einem Wagen einfach durch den Zaun hindurch gebrochen, damit die Beißer das Sanctuary umzingeln konnten und hat dann auf die Art im Endeffekt, ja, dafür gesorgt, dass es umzingelt wurde, aber wurde dann auch von Negan gefangen genommen. Nun, hier haben sich die Comicszenen mit der Serie ein bisschen vermischt. Wir hatten Sasha, die schon eine Gefangene war und es war Sasha, die von Davy fast vergewaltigt wurde, dem Negan dann ein Messer in den Hals gerammt hat und das ist eigentlich Holly passiert, also der Freundin von Abraham, wobei Sasha ja die Freundin von Abraham war. Jetzt wiederum ist Gabriel Gefangener im Sanctuary und ist auch noch schwer krank. Es heißt, er könnte auch so schon seiner Krankheit erlegen und sterben oder von Negan umgebracht werden, das sei mal dahingestellt. So oder so könnte die Folge für ihn tödlich enden und dahingehend dann dafür sorgen, dass man ihn mit nach Alexandria mitnimmt, mit einem Sack über dem Kopf, so ist es mit Holly gemacht worden. Man hat nicht gesehen, wie sie gestorben ist, sondern nur erfahren, dass sie tot ist. Und zwar hatte sie einen Sack über dem Kopf, man bringt sie zu den Toren von Alexandria, übergibt sie. Als Zombie läuft sie natürlich, spricht nur nicht wirklich, könnte ja geknebelt sein. Und in dem Moment, in dem man ihr den Sack vom Kopf reißt, alles klar, schon tot und sehr gefressig übrigens. Und das ist dann der Moment, den Negan zum Angriff nutzt. Soll heißen, wenn ihr das dann in der kommenden Folge seht, wisst ihr, okay, gleich geht die Scheiße richtig los. Und das könnte Father Gabriel erwarten, dass er hier als Toter übergeben wird und als Überraschungsmoment. Ich erwarte nicht, dass das der große Schocker ist, von dem AMC hier spricht, weil, seien wir ehrlich, es gibt inzwischen zu viele Comic-Kenner und deswegen bin ich mal sehr vorsichtig, was das angeht. Weiter geht's. Wer könnte noch sterben? Nun, natürlich sollte es theoretisch jemand sein, der Rick sehr, sehr nahe steht. Wer steht ihm wirklich nahe? Natürlich seine Familie, seine Kinder, Carl und Judith. Auf die beiden will ich gleich noch eingehen. Daneben Michonne, auch sehr wichtig, seine Freundin. Beziehungsweise nehmen wir mal Daryl als Charakter. Auch der ist ihm schon sehr, sehr wichtig. Soll heißen, wenn es Negan gelingt, irgendjemanden umzubringen, dann muss es einer von denen sein, quasi der Rick extrem nahe steht. Am wahrscheinlichsten sind noch seine Kinder. Für mich die Frage im Raum, was könnte Negan oder einen seiner Leute dazu bringen, so jemanden umzubringen? Nun, einerseits ist man natürlich generell im Kampf, im Gefecht und da führt eins zum anderen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar der Saviors sterben werden, und zwar einige. Und dabei gibt es natürlich so halb unwichtige für uns Zuschauer. Nehmen wir Gavin, nehmen wir Regina oder, oder, ähm, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Arad war das, glaube ich, genau. Die hat ja damals Olivia erschossen und von daher, ja, es könnte einer von denen sterben, prinzipiell. Das wäre noch ein bisschen egal. Aber wäre es zum Beispiel, Simon könnte das Negan wiederum so weit triggern, also es könnte ihn dazu bringen, dass er in dem Moment, keine Ahnung, so eine Art Kurzschluss hat und natürlich hier jemanden umbringt, der Rick nahe steht. Vielleicht stirbt da auch jemand aus Versehen, sei mal dahingestellt. Aber im Endeffekt bringt das Rick zur Weißblut. Warum glaube ich überhaupt, dass jemand stirbt, der Rick nahe steht? Weil, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, in der ersten Folge der achten Staffel haben wir diesen rotäugigen Rick gesehen, der noch sagt, und ich zitiere nochmal, meine Barmherzigkeit überwiegt den Zorn, der in mir wütet. Nun, welcher Zorn? Ich meine, die Geschichte rund um Glenn und Abraham, die ist noch irgendwo da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihn dann so weit nochmal in den Zorn hineintreibt, so nach so langer Zeit, dass er jetzt da noch deswegen unbedingt jetzt Negan eigentlich umbringen will und es ihn alle Kraft kostet, ihn zu verschonen, sondern da muss irgendwie in dem Moment was passiert sein. Nun, von daher, ja, selbstverständlich, seine Kinder, Judith, das wäre ein großer Schocker, dieses Baby hier umzubringen im Krieg, das wäre krass, auf jeden Fall möglich. Also ja, natürlich können es eben Ricks Kinder sein. Das ist einfach sehr wahrscheinlich, dass es hier einen von beiden erwischt, aber ich will eben nicht, dass es Karl ist, weil er in den Comics eben noch zu wichtig ist und deswegen tippe ich auf Judith, dass sie sterben könnte und eine Alternative ist, aber die ist so ein bisschen unbegründet, ich habe so ein Bauchgefühl einfach nur, dass es theoretisch auch Morgan sein kann. Der ist auch gerade so völlig ohne Geschichte, außer dass er jetzt wütend ist und Rache will, aber sowas von alleine stehend und von allen losgelöst, dass ich, ja, es könnten auch mehr sein, vielleicht sterben mehr Leute. Schwierig, alles schwierig, ne? Es sind jetzt einige Vermutungen da und deswegen bin ich gespannt, was dieser große Schocker sein soll. Ich wüsste gern, was denkt ihr? Wen haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Ricks Kinder, Father Gabriel, was haltet ihr von Gabriel? Ich meine also, dass er sterben könnte. Beziehungsweise, was denkt ihr eben über Daryl, ne? Dass es ihn jetzt oder vielleicht im Laufe der Staffel dann erwischen könnte. Vielleicht ist auch wirklich dann Rick am Ende der Meinung, dass Daryl der Grund ist, warum vielleicht jemand anders gestorben ist, wie zum Beispiel dann Judith, dass er schuld ist, weil er nie genau rausgelassen hat. All das sind die Ideen. Ich hoffe, ihr besprecht das fleißig unten in den Kommentaren und es wird dann noch mal gucken, was mir noch so an Videos einfällt. Für die nächsten zwei Tage. Aber am Montag wird es dann wie gewohnt Review geben und am Abend dann einen wundervollen Livestream um 22 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Von daher, schaltet ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020